Kann mir einer verraten, was hier los ist? Natürlich! Teleklub macht einen Wettbewerb. Nein! Doch! Wirklich sehr, sehr nett. Gewinnen Sie dieses Denon Heimkinosystem. Das ist Luxusmodell. Mit Kinoklang aus nur zwei Lautsprechern. Wahnsinn! Beantworten Sie einfach die drei Fragen im November-Programmheft. Das würde ich gern machen. Und senden Sie die Lösung per Post oder online. Das ist gut. Das ist gut. Einzendeschluss ist der 31. Dezember 2004. Mehr will ich auch gar nicht wissen. Teleklub. Unterhaltung. Was denn sonst? Gut! Gott verdammt, das ist gut!